herzlich willkommen zu einer neuen folge tales of hysteria ja achte hier waren wir schon ja ich wollte mich nach logren porten aber es funktioniert nicht das heißt es muss noch irgendwo eine sequenz kommen aber fragt mich bitte nicht wo darum ein moment gehen wir jetzt einfach mal weiter und schauen was passiert ja ich bin noch ein bisschen abgekühlt wieder wer die letzten ein zwei folgen verfolgt hat weiß dass ich sehr leicht reizbar war immer wenn was passiert war aber teilweise auch zu verschulden der kai muss ich auch man dafür haben wir immer noch keine schlüssel ja ich hoffe ich bin wieder unten calm down calm down immer diese steinchen schnipps mit diesen steinen also übers wasser die flitschte immer diese felsbrocken übers wasser da kommen wir wollen noch ruhigen anfang haben ja da wird wieder ausgerastet ab babababa die attacke für die auch cool im kombo quatschut so da geht's raus okay wir müssen gerade aus online hilfe so keine sequenz komisch kommt mir auf jeden fall nicht porten das weiß ich oh okay okay we didn't get to hear his stories about the ruins it's all right even if we'd have met with him he probably wouldn't have listened to your ideas it's fine but what we know is based on our own thoughts after experimenting first and even if our conclusions are different rose is still mad at us you know it's because she cares i know i know cool with it you guys are quite a team it's just a team come on come on die rose scheint die beiden sehr gut in griff zu haben so jetzt aber können wir uns porten und ähm ich glaube wir brauchen nur noch einen stein und der ist in Horsa und ich hab keine ahnung wie wir da hinkommen eh ein Dorfbewohner verkauft sagen sie wir sollten das weiter verfolgen solange die Spur heiß ist Nur ich habe keine Ahnung, wo das sein soll Ernsthaft Okay, das erklärt einiges Nur... Ah! Oh nein, jetzt sagt nicht Das ist diese starke Heliumviech Die packen wir noch nicht, ey Die versteinert uns immer Ich bin zu blöd zum Ausweichen Besonders, weil... Ja, okay Kacke, das ist die auch noch Scheiße, die wollte ich eigentlich ja später Später angeben, wir hatten die ja mal Einmal ausprobiert Okay, dann müssen wir Käsekuchen Effekt, oh scheiße, Elementarscheiben Nicht Elementar Nehmen einfach mal Ähm Ja Ich habe Echt Respekt vor der Ich meine, wo wir gegen die gekämpft haben Waren wir Äh, ich glaube Level 45, 46 Ah, das wird schwer Kacke, wir probieren es Müssen wir ja Ups, jetzt sagt er auch noch Oh man Medusa wieder? Ja, toll Ah, diese KI, das meine ich damit, ey We need to watch your petrifying attacks, right? There are limited ways to prevent petrification Ah, jetzt bin ich auch getroffen, ne? The offline preventive equipment? Just try guard it Ja Bist auf Versteigerung und Fluch, ja das war es schon Dann können wir eigentlich direkt neu starten Das blöde ist, die KI, die ist ja noch dümmer als ich Nochmal Oh man, ey Die werden direkt getroffen Oh man Ey Wenn ich in der Kombo bin Oh, hä Ich bin nie versteinert, warum jetzt? Okay Boah, Mann, Alter Das wird nix Ich bin mir ganz sicher Am liebsten will ich direkt nochmal neu starten Dassel-Fokus-Angriffe Rechts Ausschwärmen Oh man, Alter Das Problem ist, der Kampf startet und die zwei Nein Nein Einstellungen Verbesserte Kampfregeln Nein Ähm So Leila Ausgeglichen Ausgeglichen Taktik Abstand halten Ja Auf Jetzt weiß ich nicht Wie die funktionieren Ungefähr Auf jeden Fall auch Abstand halten Abstand halten Abstand Abstand Okay Ausgeglichen Ja, probieren wir das mal aus Natürlich sehe ich jetzt gerade nicht Nein Nein, 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 nein Ausweichen Boah Oh Mann Boah, es wurde schon wieder getroffen Ey Kacke, das ist die Kamera jetzt gewesen Ernsthaft Ich habe nicht gesehen, wo die Äh, hinzieht Oh Mann, Alter Dieser Boss ist sowas von scheiße Das Problem ist, ich kann nur wieder beleben Ja Oder armatisieren Ne, besser nicht Äh, die macht ihren Job gut Obwohl wir können Wind Seraphane nehmen Also Jetzt Wurde sie versteinert Tatsache, ey Meine Güter, Alter Oh Oh Er ist mal weg hier Und ja, die muss getroffen werden Okay Objekte Trank des Lebens Oh Zur rechten Zeit armatisiert Das war mal nice Nein, 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 nein Ausweich Das meint Das geht so schnell Wenn man in der Attacke ist Ist man einfach am Arsch Jetzt steht nicht schon miteinander An diesem An der Hauswand So Achso Oh Mann Wir haben nicht mehr viel davon Ich meine Die KI macht jetzt Einen besseren Job Wow Wow, 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 wow Ganz ruhig, Madame Oh Mann Jetzt ist sie da schon wieder In der Ecke, Alter Ah Okay Ich kaufe Ah Ah Nein, boah. Ich dachte, das wäre der Versteinerungsblick. Oh, geschafft ey. Die ist auch so am Ausrasten. Oh Mann, jetzt hat es auch noch hier geklingelt. Ein Moment, ich muss kurz aufstehen. Da bin ich wieder. Monschis. 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 Ich denke ich werde diesmal Das erste Mal ein Video bearbeiten Und zwar finde ich das unhöflich Wenn ich jetzt bei der Aufnahme aufstehe Und deshalb werde ich da Dann da kurz reinschneiden Und ja Nur die Szene überskippen Quasi wo ich weg bin Ich meine es waren nur ein paar Sekunden Aber dennoch ist es ja ein bisschen unhöflich Also nicht wundern Wie gesagt normal mache ich One Takes Und so behalte ich das auch Ich werde hier sonst nichts weiter bearbeiten oder so Es ist nur halt Damit da kein Ja wie nennt man das Leerlauf ist Keine leere Stelle Sagen wir jetzt einfach mal Und Ja Er war einmal ein menschlicher Mensch Just wie uns Unglaublich wie es ist Ja Er war vielleicht ein kaltes Militärleiter Aber er hatte einen genünen Liebe Für seine Familie Wie könnte jemand wie ihn In den Lord of Calamity Well He did lose his family I don't know It felt like More than anything That happened to him The transformation was born of his own resolve Could be It's probably not anything We can ever truly understand But I can tell this much Heldalp finally gave up He couldn't fight back any longer So Jetzt müssen wir nach Logrim Und die Hauptstory geht weiter Aber ich muss sagen Das war ein schwerer Kampf Erstmal jetzt wieder Kampfstrategien Ausgeglichen Schnelle Angriffe Viele Nachkampfe So So Die waren automatisch so Ja ich denke das kann ich erstmal so lassen Oh die aber Serae You were thinking about the Cardinal Weren't you Just for a moment If you're still unsure about it Why don't you go relax it and in somewhere I can make the problem go away What are you saying You can't purify Helions on your own But I can kill But that's Serae If you hesitate The enemy will pounce on your moment of weakness Hasn't Zavid been saying the same thing I don't want any of us to wind up getting hurt By sympathizing with the enemy Are you saying that I'm holding the team back Yep Wait Rose Serae's just Miklio Not now I won't have second thoughts anymore Well I'm not saying not to have them But if you're gonna do it Then stick to it Yeah Man I didn't need to be so worried about them I feel like an idiot I wouldn't say that Yeah You're not like an idiot That's not what she meant Elfenohren erhalten Zack So Logren Die Überreste des Turms Das kostet immer nur 4670 Unglaublich Erstmal Speichern So Nochmal gucken ob Obwohl wir haben eh kaum Geld Ich glaub Kaufen brauchen wir Nein doch Haha Verdammt We know that Heldolf Was stricken with a great deal Of pain and hardship It seems almost like some kind of curse I can see that Bound to the curse That is eternal loneliness Hmm During our most recent encounter with him Die Katze Is there no chance you can help Follow me Maven Are you sure about this? There is no point in stories If we lose the future in which to tell them No taboo is worth that fate Oh Edna Wim Und die fragt mich ob wir irgendwann nochmal Ob wir noch mehr so Gigantendrachen begegnen wie denen damals Ednas Bruder oder ob das eine einmalige Sache war. So, hallo? Hast du von der Frau gehört, die sie die Hellige nennen, die in den Häftlingstausch südlich von Zabgottmoor ging, um ein Dorf zu gründen? Sie muss wohl wirklich eine Heilige sein, wenn sie den ganzen langen Weg ins Nirgendwo auf sich genommen hat. Oder ist sie etwas anderes? Jetzt sind hier wieder ganz viele neue Punkte. Warum? Ein junger Shepard-Boy wirst du nicht verstehen, würde er? Ich... Ich glaube nicht. Doch, für diesen kann man nicht viel gegen die Preise unternehmen, aber die Situation wäre ganz anders, wenn Logren etwas wertvolles hätte, dass es an den Rest des Landes verkaufen könnte. Ganz viele neue grüne Punkte. Die Preise sind etwas gefallen, aber noch lange nicht genug. Ich sollte mich von der Idee verabschieden, meine Vorräte hier aufzufüllen. Okay. Okay. So, ich wollte jetzt erstmal nochmal gucken. Kaufen. Kaufen, kaufen. Viersichgummi, ups. So. Ach ja, man kann ja nur max 15 davon von so kleinen Träubchen oder Viersichen oder Äpfeln. Boah, das kostet schon 12.000. Krank des Lebens auf jeden Fall. Der ist mega wichtig. Achso, bei meinem Spielstil auf jeden Fall. Na gut, dann folgen wir Maven mal. Epp, ist er hochgegangen? Und wieder eine Truhe, die wir nicht öffnen können. Es deprimiert mich einfach so sehr. Oh, schön. Oh, schön. Oh, man, nice. Check it out. That huge thing has carvings all over it. Is this from the era of the gods? I've never seen anything like it before. Oh, boy. More fodder for our resident nerds. Oh, man, ich hab' n'gefühlt... Oh, man, ich hab' n'gefühlt... Geheimnisvoller Monolith. Ich hab' das Gefühl, dass jetzt das... ...dass das ganz... ...ne ganz lange Geschichte wird. To most people, this monument is nothing more than a lump of rock. However, the Storyteller of Time can harness its true capabilities. The Storyteller of Time? The one who passes stories to future generations. Stories of humans. Seraphim. Hellions. Shepherds. The Lord of Calamity. It is my clan to whom that fate has fallen. A Storyteller is to be a dispassionate observer. He must not interfere in world events. But I am prepared to accept the consequences. Is that an earthen Historia? There are more of them? The others were fine, but this one had to be shielded from the eyes of men. So I kept it for myself. Then this must be... Yes. This is a record of the dawn of chaos. Come. Experience the truth of the dawning of this age. Perceive the light. Perceive the darkness. Place your hands upon the monolith. Then, close your eyes. Foroschkuswerek Kusaresko. Werewek furiek Ohishkehem Omem. Bitte was? Do not ponder the answer for now. Simply feel. Understand? Was ist passiert? Wo ist das? Ich habe nie diesen Ort gesehen. Wir erleben den Kahn des Chaos. Also ich denke, das wäre... Camelon, die Origin-Village. Well, könnte man auch weitergehen. Undesagreiert. Oh, wir können uns sogar hier bewegen. Huh? This guy's the previous Shepard? You have occupied our village for half a year now. This isn't protection. It's house arrest. Not to mention, the Kingdom of Highland is only acting against us because Roland's moved their army here in the first place. Looks like they can't hear us. The Earth in Historia shows that which has transpired. The strategic importance of this location cannot be overlooked just because the Shepard founded a village here. You can trust Highland would say the same. What? So it was inevitable? When one considers the rise of the Highland Valkyries, yes. I've had enough. Just leave us. Michael, are you really okay with this? Those bastards are treating Lord Mautelus' shrine as their own fortress. How much longer must they blaspheme the Seraphim? Brother? It's okay, Mews. He's right that Camelon happens to be a strategically crucial location, given that we're here along the northern border. An army that controls this territory can send troops to the enemy's capital at will. Their interest in our land is sad. But understandable. Do you really trust the words of that tyrant? They will do as they will. We must focus on what we believe in. As a lone Shepard, with no other family in the world to call his own, I vow to protect Mews and everyone else. I swear it. So the Origin village was occupied by Heldolf. And then dragged into the chaos of war. Still, you can understand why neither army could leave it alone. Oh, is something wrong, Miklia? Huh? Oh, well. The humans were treating Mautelus with scorn and contempt. No wonder his blessing was lost. But there's probably more to the story. Let's head towards the shrine. Could it be, Rolands has noticed, Michael let Lord Mautelus away from the capital? No, much more likely it's just a feint to draw out the forces of the northern territory. They just want a pretext to declare war. This is absurd. Thoroughly absurd. But that's humans for you. You said it. The more things change, the more they stay the same. Oh man, ich hab doch gesagt, das wird viel Story. According to what the Shepard said, the shrine is full of malevolence. And the village is beginning to lose its blessing. Oh no, is Mautelus going to become a hellion? Let us put faith in the Shepard. He said he would never allow that, even should it cost him his life. But still, if the Shepard would be lost anyway, wouldn't it be better for us just to evacuate while we can? There's no way that someone like Michael could ever do such a thing. Right, he's the Shepard. He couldn't just abandon Mautelus and let him succumb to malevolence. Siree. If this podunk town can serve as the key to successful conquest of the northern territory, then I can suffer the ire of one measly Shepard. What is it? An enemy attack! The northerners have arrived! No, it appears to be the Highland army! I will not rise to their bait. Assemble the troops, we shall retreat. We will make no counterattack? Would you have me throw men away on some meaningless skirmish with Highland? And don't be an imbecile. Guess this town is destined for the scrap heap after all. Have the order to retreat, given it once! Unbelievable! Doesn't he care about the happiness of the villagers? This trivial nonsense is what got the entire village wiped out? D'ah! Enemy encampment spotted! Stop it! Don't tell him! Please give us something! Siree. Knowing we can't do anything to intervene just makes it worse. What on earth is Heldorf doing? Heldorf abandoned the village and... Field of the village and... D'ah! I'm coming to the mountains! There's more here! How did this happen? Shepard! He's gone to the shrine! What?! Um die Rollens-Armee um Hilfe zu bieten! Aber helft uns, ich riebe weg! Mews, bitte, sei sicher! Hör auf den Schrein! Genau! Okay. Komisch, komisch! Warte, bitte! Ich verstehe, dass du als Schreinbeiniger fühlst, eine große Empathie gegen ihn fühlst. Das ist normal. Aber bitte, nicht vergessen, was die Maven uns gesagt hat. Du auch, Mikleo. Entschuldigung. Es ist nur... Wir können bereits sagen, dass es nicht gut enden wird. Wir haben hier mehr als genug gelernt, um die Schreinbeiniger zusammenzubringen. Aber wir müssen noch das durchführen, nicht wahr? Los geht's! Genau. Mikleo sieht aus Schrein, um nichts zu sagen zu sagen. Natürlich, er hat sich zu erkennen, bevor es zu lange Zeit ist. Ja. Und wenn du in das, dass nichts davon geht für ein glückliches Ende... Wir haben uns alle aufgenommen. Mikleo, Musa und der Schreinbeinig sind alle zu ähnlich, nicht zu sagen. Los geht's. Wir sind sehr nahe mit der ganzen Wahrheit. Das Kind! 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 Die ganze Gesicht vermann. Du hast Baby ein Monster geworden. Das kann auch sein. Das ist meine Antwort. Also, sie haben unsere Retriebe erwartet. Du bist die Valkyrie, die ich es nehme. Lightning, General! Heldelf, prepare yourself! W-What on Earth?! Dieser Heldelf scheint mächtig zu sein. Bleib weg von uns, ihr Monster! Guck! 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 Also, das ist das, was passiert. Also, Kittybeard nicht ein Hellion geworden ist. Er war ein. Guck! 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 Guck!